AGOV Registration Öffnen Sie auf Ihrem Computer unser neues Steuerportal unter e-steuern.ar.ch. Klicken Sie auf die rote Kachel steuern.ar 2023 online. Nun werden Sie automatisch auf agov.ch weitergeleitet, um sich dort zu registrieren. Klicken Sie nun auf Jetzt registrieren. Für den Login auf das Steuerportal wird eine zweite Authentifizierung über die AGOV Access App benötigt. Die App laden Sie sich ganz einfach in Ihrem App oder Google Play Store herunter. Sobald Sie die App installiert haben, können Sie mit der Registrierung auf mi.argov.admin.ch fortfahren. Dafür drücken Sie auf Start. Geben Sie nun Ihre E-Mail-Adresse an und bestätigen Sie die AGB und Datenschutzhinweise. Dann drücken Sie auf Weiter. Sogleich erhalten Sie einen sechsstelligen Bestätigungscode per E-Mail. Geben Sie diesen Zahlencode ein und drücken Sie auf Verifizieren. Nun füllen Sie Ihre persönlichen Informationen aus und drücken anschliessend auf Weiter. Wählen Sie die Registration per AGOV Access App und drücken auf Auswahl bestätigen. Auf dem Handy wählen Sie gleiches Gerät, wenn sich die AGOV Access App auf dem gleichen Gerät befindet, auf welchem Sie sich aktuell registriert haben. Dann drücken Sie auf Auswahl bestätigen. Jetzt öffnet sich die AGOV Access App, welche Sie zu Beginn heruntergeladen haben, ganz automatisch. Auf dem PC scannen Sie nun den QR-Code mit der vorhin heruntergeladenen AGOV App. Sie können nun einen PIN definieren oder nutzen ganz einfach Ihre Face ID oder Ihren Fingerabdruck. Bei Ihrer ersten Registrierung erhalten Sie einen Recovery Code. Feichern Sie diesen in Ihrer Passwortliste ab. Sie können ihn auch als PDF downloaden. Wichtig ist, dass Sie diesen Code sicher aufbewahren. Klicken Sie nun auf Weiter zum Login und melden Sie sich nun mittels Scannen des QR-Codes mit der AGOV App an. Hier finden Sie alle Zugänge und Services rund um Ihre Steuern und können gleich mit Ihrer ersten Online-Steuererklärung starten.